Die Teutonen waren also nicht der Namensgeber. Aber sie bringen uns vielleicht auf die richtige Spur. Denn wir werden darauf gebracht, nach ähnlich klingenden alten Begriffen zu stöbern. Und während die Wörtherkunft von Teutone nicht gesichert ist, stoßen wir doch auf das Althochdeutsche Diod. Mit dem dazugehörigen Adjektiv Diodisk, lateinisiert Theodisk. Und ganz ähnliche Wörter im Altirischen, Proto-Germanischen und Proto-Indo-Europäischen, was nahezu ganz Europa als Sprachbasis dient. Damals bedeutete es Volk oder Stamm. Und davon über Jahrhunderte abgeleitet sind das litauische Wort für Nation, sowie das isländische und norwegische Wort für Nation bzw. Volk und Aha! Das dänische Tysk, das norwegische Tysk, das schwedische Tyska und das italienische Tedesco, die heute allesamt Deutsch bedeuten. Die Urformen europäischer Sprachen enthielten also zuhauf einen ähnlichen Begriff für Volk, Stamm oder Nation. Manche modernen Sprachen leiteten sich davon ihre Bezeichnung für die Deutschen ab. Andere behielten die ursprüngliche Bedeutung. Aber warum hat denn Deutsch oft den gleichen Wortstamm wie Volk? Im Wesentlichen wurde das Wort Volk auf die späteren Deutschen angewandt, weil sie eine fremde, unangepasste Landbevölkerung ausmachten. Die späteren Deutschen hatten weder eine einheitliche Kultur noch viel freundschaftlichen Kontakt miteinander. Aber wie den Slaven war auch ihnen aufgefallen, dass sie mit all ihren Nachbarn nicht gut kommunizieren konnten, untereinander aber doch recht gut. Westlich des Rheins lag das romanisierte Frankreich, südlich davon Mutter Rom selbst, dabei bedeutete im Mittelalter römisch gleichzeitig christlich. Östlich der Oder wohnten die schon erwähnten Slaven und im Norden waren die Völker entweder sehr ähnlich oder es gab nur Wasser. Die Deutschen waren also aus zwei Gründen abgegrenzt. Sie sprachen anders und glaubten anders. Das zweite verschaffte ihnen als Gruppe die Aufmerksamkeit romanisierter und damit christlicher Nachbarn. Und unter dem Sprachaspekt wurden sie zusammengefasst. Die Teutonen waren also nicht der Namensgeber. Aber sie bringen uns vielleicht auf die richtige Spur. Denn wir werden darauf gebracht, nach ähnlich klingenden alten Begriffen zu stöbern. Und während die Worteherkunft von Teutone nicht gesichert ist, stoßen wir doch auf das Althochdeutsche Diod. Mit dem dazugehörigen Adjektiv Diodisk, lateinisiert Theodisk. Und ganz ähnliche Wörter im Alt-Irischen, Proto-Germanischen und Proto-Indo-Europäischen, was nahezu ganz Europa als Sprachbasis dient. Damals bedeutete es Volk oder Stamm. Und davon über Jahrhunderte abgeleitet sind das litauische Wort für Nation, sowie das isländische und norwegische Wort für Nation bzw. Volk und aha, das dänische Tüsk, das norwegische Tüsk, das schwedische Tüskar und das italienische Tedesco, die heute allesamt Deutsch bedeuten. Die Urformen europäischer Sprachen enthielten also zuhauf einen ähnlichen Begriff für Volk, Stamm oder Nation. Manche modernen Sprachen leiteten sich davon ihre Bezeichnung für die Deutschen ab. Andere behielten die ursprüngliche Bedeutung. Aber warum hat denn Deutsch oft den gleichen Wortstamm wie Volk? Im Wesentlichen wurde das Wort Volk auf die späteren Deutschen angewandt, weil sie eine fremde, unangepasste Landbevölkerung ausmachten. Die späteren Deutschen hatten weder eine einheitliche Kultur noch viel freundschaftlichen Kontakt miteinander. Aber wie den Slaven war auch ihnen aufgefallen, dass sie mit all ihren Nachbarn nicht gut kommunizieren konnten, untereinander aber doch recht gut. Westlich des Rheins lag das romanisierte Frankreich, südlich davon Mutter Rom selbst, dabei bedeutete im Mittelalter römisch gleichzeitig christlich. Östlich der Oder wohnten die schon erwähnten Slaven und im Norden waren die Völker entweder sehr ähnlich oder es gab nur Wasser. Die Deutschen waren also aus zwei Gründen abgegrenzt. Sie sprachen anders und glaubten anders. Das zweite verschaffte ihnen als Gruppe die Aufmerksamkeit romanisierter und damit christlicher Nachbarn. Und unter dem Sprachaspekt wurden sie zusammengefasst. Die Teutonen waren also nicht der Namensgeber. Aber sie bringen uns vielleicht auf die richtige Spur. Denn wir werden darauf gebracht, nach ähnlich klingenden alten Begriffen zu stöbern. Und während die Wortherkunft von Teutone nicht gesichert ist, stoßen wir doch auf das Althochdeutsche Diod. Mit dem dazugehörigen Adjektiv Diodisk, lateinisiert Theodisk. Und ganz ähnliche Wörter im Altirischen, Proto-Germanischen und Proto-Indo-Europäischen, was nahezu ganz Europa als Sprachbasis dient. Damals bedeutete es Volk oder Stamm. Und davon über Jahrhunderte abgeleitet sind das litauische Wort für Nation, sowie das isländische und norwegische Wort für Nation bzw. Volk und aha, das dänische Tüsk, das norwegische Tüsk, das schwedische Tüskar und das italienische Tedesco, die heute allesamt Deutsch bedeuten. Die Urformen europäischer Sprachen enthielten also zuhauf einen ähnlichen Begriff für Volk, Stamm oder Nation. Manche modernen Sprachen leiteten sich davon ihre Bezeichnung für die Deutschen ab. Andere behielten die ursprüngliche Bedeutung. Aber warum hat denn Deutsch oft den gleichen Wortstamm wie Volk? Im Wesentlichen wurde das Wort Volk auf die späteren Deutschen angewandt, weil sie eine fremde, unangepasste Landbevölkerung ausmachten. Die späteren Deutschen hatten weder eine einheitliche Kultur noch viel freundschaftlichen Kontakt miteinander. Aber wie den Slaven war auch ihnen aufgefallen, dass sie mit all ihren Nachbarn nicht gut kommunizieren konnten, untereinander aber doch recht gut. Westlich des Rheins lag das romanisierte Frankreich, südlich davon Mutter Rom selbst, dabei bedeutete im Mittelalter römisch gleichzeitig christlich. Östlich der Oder wohnten die schon erwähnten Slaven und im Norden waren die Völker entweder sehr ähnlich oder es gab nur Wasser. Die Deutschen waren also aus zwei Gründen abgegrenzt. Sie sprachen anders und glaubten anders. Das zweite verschaffte ihnen als Gruppe die Aufmerksamkeit romanisierter und damit christlicher Nachbarn. Und unter dem Sprachaspekt wurden sie zusammengefasst. und dann sehen uns auch wenn nicht zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. pi Noah